Wir sitzen jetzt bei Bigpoint und Square Enix und schauen uns gerade mal GameGlobe an. Ein kleiner eigener Spielebaukasten, mit dem man seine eigenen Games erwerfen kann. Und je nachdem wie kreativ man ist, kann daraus ein ganz schickes Abenteuer entstehen. Firefall, der Open World Coop Shooter mit vielen PvE Elementen, sodass man ihn auch in der ESL spielen kann. Und ich glaube das erste Turnier ist sogar gleich mit 5000 Euro ausgelotet. Wir haben uns jetzt eben gerade Firefall angeguckt. Macht echt einen guten Eindruck, viele verschiedene Mehrspielerelemente. Es gibt auch eine offene Welt, auf der man dann zusammen mit anderen Spielern zocken kann. Actionreich, sieht gut aus, macht viel Spaß und wird wahrscheinlich auch gut einschlagen. ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017